Der Nike Air Zoom Romero ist ein komfortabler Laufschuh für Athleten, die gerne lange Strecken zurücklegen. Die unterschiedlich starken Flywire-Kabel im Mittelfußbereich garantieren einen großflächigen Halt. Das Engineered Mesh-Over-Material bietet einen guten Feuchtigkeitsaustausch. Wie bei seinen Vorgängern spürt der Läufer durch die beiden Zoom-Air-Elemente eine reaktive und leichte Dämpfung. Der neue Materialmix in der Mittelsohle aus Lunalon und dem Cashlon-Träger sorgt für ein gleichmäßiges Abrollen deines Fußes. Die neue innovative Außensohle besteht aus Schaum und nicht mehr aus Gummi. Dadurch wird zusätzliche Dämpfung erreicht und die Haltbarkeit verlängert. Der Nike Air Zoom Romero gefällt nicht nur durch seine technischen Features, er kann auch durch seinen gelungenen Look glänzen. Willst auch du mit dem komfortabelsten Romero aller Zeiten deine Runden drehen? Dann hol ihn dir in deiner bevorzugten Runnerspoint-Filiale oder bestell ihn direkt hier bei uns im Online-Shop unter runnerspoint.com.